Da sind also 10 italienische Tomaten drin? Ja, klar. Bravo! Im Übrigen ist es ohne Konservierungsstoffe. Ich wusste, da fehlt was. Mach's wie die Müllers. Mach's bravo! Bifi würzig lecker im Geschmack. Aber was hält so ein Snack aus? Der Snack, der alles mitmacht. Bifi muss mit. Zum Tauschen. Ich hab alles doppelt. Ich würd was abgeben. Ich seh grad, Sie haben da eine Paprika. Ich hätte die Bananen doppelt. Vielleicht können wir ja tauschen. Oder Mango hätt ich auch. Will? Möchte jemand? Entschuldigung, ich seh grad hier die Ananas. Könnte ich die vielleicht haben? Ich hab zwei Salatköpfe. Da könnte ich einen anbieten. Einen Salat haben wir schon. Ich hab schon Salat. Was machen wir denn da? Könnte ich diesen Saft da haben? Den Saft? Ja, aber davon hab ich doch nur einen. Aber ich könnte dir Küchentücher dafür geben. Ja, okay. Dann tausch mal mit dem Saft. Super. Danke. Ich hab eine Ananas. Bis bald. Yes! Auch im Tauschfieber? Dann komm in deinen Rewe-Markt und tausche Sticker aus deinem Weltmeister-Sammelalbum mit anderen. Bist du ein Fan, sind wir dein Markt. Probier mal. Köstlicher Teig. Frische Ricotta. Sonnengereifter Spinat. Das sind Tortellini. Mh, bravo. Wie frisch aus Italien. Selbstgemacht? Fast. Ja, okay. Sie waren mal in Italien. Cool, oder? Thomas. Frische Tortellini. Neu von Barilla. Jetzt im Cool. Äh, Kühlregal. Oh, nur Thomas Müller fehlt mir. Da ist Thomas Müller! Wo ist Thomas Müller? Na, an der Kasse. Hol dir Thomas Müller und die Stars der Nationalmannschaft. Pro 10 Euro Einkaufswert eine DFB-Sammelkarte gratis. Rewe. Bist du ein Fan, sind wir dein Markt. Ein Brot mit leckerer Beefy. Das hab ich schon immer essen wollen. Nur die Beefy. Die wollt nie so recht. Original Beefy-Geschmack in herzhaft dicken Scheiben. Beefy aufs Brot. Jetzt auf vielen Beefy-Packungen Punkte sammeln und gegen tolle Prämien eintauschen. Und ein Training mit mir gibt's auch zu gewinnen. Ja, das müssen wir uns einfach so selten. Oh! Richtige Nachricht. Was ist denn jetzt schon wieder los da? China? Seine Frau? Spanien? Wir hechsen's. Der Bundestrainer. Stimmt. Wahrscheinlich. Hallo. Es ist das Steak. Noch 6 Grad. Bis zur perfekten Kerntemperatur. Habt ihr noch nie was von iGrill gehört? Zeig mal her. Da schaut's her. Da suchst du dir genau die Steaksorte aus. Glutig, englisch, rosa. Nehmen wir mal rosa. 60 Grad ist die perfekte Kerntemperatur, wenn du es rosa haben willst. Wir sind noch 5 Grad entfernt. Du brauchst sich um nix mehr kümmern. Und das ist jetzt der Salat, oder? Du bist ein Witzbold. Keine Ahnung, der Typ. Ah, schaut's mal das an da. Schau, da sind die Fühler, Temperatur und alles ist geritzt. Da bringst sogar du noch ein gutes Steak. Ja, jetzt hast du's erkannt. Hol dir jetzt den neuen Genesis und den gratis iGrill dazu. Ich war ja jetzt hier beim Praktikum. Tagespraktikant mit natürlich gehobenen Verpflegungen. Und wirklich mal zu wissen, wo kommt die Milch her? Wie sehen die Tiere eigentlich aus? Was machen die den ganzen Tag? Was muss man tun, um die auch zu unterhalten und zu ernähren? Um einen Hof zu führen, braucht man auch immer mal wieder mal eine Ansprache. Hoppi, hoppi, hoppi. Grüß Gott, die Damen. Entschuldigen Sie die Störung. Ich würd gern an eure Eier. Wenn sie zuerst arbeiten, dann bin ich auf 100% dabei. Das bayerische fleckige Krokodil. Nicht nur die Tiere kennenzulernen, sondern wie einfach alles funktioniert. Mit dem Traktor fahren hat es auch sehr viel Spaß gemacht. Hey, hast du super. Ganz wichtig, dass der Verbraucher den Bauern kennt. Also so wie bei dir und bei Rewe zum Beispiel. Ja. Egal, welche Herausforderung auf dich wartet. Wer gewinnen will, muss bereit sein, sich täglich zu verbessern. Die neuen Gillette Fusion 5 Rasierer. Kaum spürbare Klingen, aber ein spürbarer Unterschied. Bereit für jeden Tag.